Willkommen zum Heißerwarteten Video von Wirksknoten. Beim Klettern werden wir natürlich immer wieder verschiedene Knoten vermitteln und die werden gleich voranschauen. Wir starten gleich mit dem klassischen Kletterknoten, den uns der Maxi zeigen wird. Ich fahre mit dem Achterknoten. Einmal der Achter, wir nehmen eine Schlaufe in die Hand, drehen sie zweimal im Glas, führen das Seilende durch die Schlaufe, haben den einfachen Achter, kommen mit dem Seilende von unten nach oben durch die beiden Anseilschlaufen und fahren den Seilweg nach. Aber dann haben wir ein schönes Achterbild. Und als nächstes zeigt es für Michi den Knoten Doppelknoten. Ein anderer Knoten, der verwendet wird, um sich direkt einzuwenden beim Klettern, das ist der Pulling. Man beginnt damit, das Seil durch beide Anseilschlaufen durchzufädeln. Ungefähr bodenlang wird das Restseil benötigt. Einmal eine Schlaufe nach oben bilden. Eine zweite Schlaufe durch die Schlaufe. Mit dem Seilende durch diese Schlaufe. Einmal anziehen. Und der einfache Pulling ist schonmal im Seil. Nun nehmen wir das Seilende, fehlen es wieder zurück durch beide Anseilschlaufen und fehlen anschließend den Knoten, wie beim doppelten Achter, dem Seilverlauf nach. Na! Pulling hat ein eher weniger charakteristisches Knotenbild. Wird daher eher nur von Profis verwendet. Einen weiteren Knoten, der auf dem Klettern verwendet wird, ist der HMS Knoten. Den zeigt uns wieder da Maxi. Der HMS Knoten. Ein Knoten, der früher viel zu sichern verwendet worden ist. Heute ist er hin und wieder noch praktisch. Relativ einfach. Eine Handfläche nach innen und eine Handfläche nach außen gedreht. Überlagern wir beide Handflächen. Und geben den Karabiner durch die Schlaufe. Die Karabiner verschrauben nicht vergessen. Hier haben wir das Begepon. Ein eher Knoten. Nicht vergessen, das Bremsseil nicht über die Schnade vom Karabiner aufpassen. Zum Schluss zeigt uns Michael noch den Masthof. Zum Schluss kommt der Masthof. Wird verwendet, wenn man ein Seil kurz irgendwo fixieren will. Wenn man gerade am Standplatz ist oder ähnliches. Dazu nimmt man das Seil. Links und rechts eine Schlaufe gegen gleich. Legt die Schlaufen übereinander. Und diese in die Karabiner. Einmal angezogen und der Knoten fixiert das Seil. Das waren die wichtigsten Knoten, die man beim Knoten verwendet. Untertitelung des ZDF, 2020 Erionsbedarf. Untertitelung des ZDF, 2020